So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO bzw. eine Folge Ramses Minus. Eigentlich ist es mitten in der Nacht, aber ich weiß nicht, wann ich das sonst aufnehmen soll. Die Leute fragen mich die ganze Zeit, wie weit bist du in der GBL? Wie weit bist du in der GBL? Ich habe gesagt, dass ich auf Rang 16 bin, momentan. Ich habe noch keinen Kampf in der Hyperliga gemacht, obwohl die Hyperliga seit, glaube ich, Dienstag verfügbar ist. Jetzt ist in 17 Minuten Freitag. Ich habe noch keinen einzigen Kampf in der Hyperliga gemacht. Ich möchte aber eine Folge Ramses Minus auch in der Hyperliga spielen. Mal gucken, wie weit wir kommen. Wir müssen ja bis Rang 20 kommen. Ich glaube, den Rest wird man gemütlich in der Meisterliga machen. Ich habe jetzt hier irgendein Team wieder zusammengestellt. Theoretisch ist das das Team, was ich immer nehme. Geratina in der Führung, dann zwischendrin Machomay, dann Lapras. Ich habe mich jetzt im Superliga-Team so gut an gerade Lucario auch gewohnt gehabt, wie auch immer, dass das mit Steigerungshieb da schnell die Schilde rauslockt und so weiter. Jetzt auf 2,5 wäre das auch gut, aber wenn der andere Kampf hat, ist das wieder nicht gut. Und ich habe eigentlich immer dieses Team gespielt. Ich werde jetzt einfach dieses Team wieder nehmen. Ich werde jetzt einfach reingehen. Ich werde gucken, wie schwierig oder wie brutal es ist. Es hat sich so viel geändert wieder an den Attacken, an den Pokémon, an der ganzen Meta-Dings da. Bums und ich habe halt immer noch genau dieses eine Team. Aber egal, wir gucken uns das jetzt an. Oh mein Gott, wieso hat er einen Galopper? Was, bitteschön? Macht man mit einem Galopper hier, wo der gerade ist? Ich weiß es nicht. Egal. Unser Move ist voll. Das heißt, wir hauen jetzt erstmal einmal drauf hier. Ich glaube, ich müsste den Ton vielleicht anmachen vom Game. Der wehrt auch ab. Kann das Galopper irgendwas, was mir entgangen ist oder so? Habe ich da was nicht mitbekommen? Das ist ja auf Pixie. Pixie ist auf jeden Fall mega nervig. Da werde ich wohl direkt mal meinen Labras reinholen. Wir holen jetzt auch das Labras so ein bisschen mit Eis. Da müsste das Pixie doch eigentlich Schnauze voll haben. Da haben wir einen Surfer auch voll. Der Surfer gefällt mir sehr gut. Der Surfer ist immer schnell aufgeladen. Der Surfer ist eigentlich auch stark. Hier, guck. Das Pixie sieht doof aus, wenn sie den Surfer abkriegt. Pixie, lass mich in Ruhe. Ich habe natürlich hier den Vorteil, weil er hat schon ein Schild genutzt. Ich nicht. Das heißt, ich werde jetzt auch ein Schild nutzen. Weil das Labras ist mir zu wichtig. Das muss das Pixie auf jeden Fall vernichten. Und jetzt hau den hier raus. Komm bitte. Und jetzt habe ich sogar zwei Moves voll. Und je nachdem, was jetzt kommt. Jetzt kommt Galoppa rein. Pusse ich jetzt leider. Und dann, zack. Surfer hinterher. Müsste passen. Nitro-Ladung. Guck dir das an. Naja, er wechselt schon wieder raus. Giratina kommt rein. Jetzt wäre doch Eis natürlich besser gewesen. Dieser Splasher, der wechselt einfach raus. Jetzt guckt er mich doof an mit seinem Giratina. Und denkt sich, hier ist der Boss. Aber ich habe doch noch den Eisstrahl. Aber den wird er jetzt natürlich abwehren. Woher wusste er, dass ich Surfer mache. Und keinen Eisstrahl. Der hätte eigentlich Angst haben müssen. Er lässt ihn durch. Gut, er hat doch nicht damit gerechnet. Und ich greife er trotzdem an wie ein Weltmeister. Den lassen wir durch. Wir müssen ihn durchlassen. Wir haben gar kein Schild mehr, sehe ich gerade. Mensch, das erste Match ist schon so spektakulär. Hier, jetzt ist der Ton auch an. Verdammt, was nehmen wir? Wir nehmen natürlich auch Giratina. Wir machen hier so gegenseitig wieder so LKW-Rennen. Wer zuerst Umfeld hat verloren. Das hat geklappt. Und er hat noch sein schäbiges Ponida übrig. Galoppa meine ich. Da kommen wir jetzt hier mit der Drachenklaue oder was das ist. Schmörgeln hier drauf. Jetzt klingt es auch gut. Jetzt habe ich Feeling. Jetzt habe ich das GBL-Feeling aufgesaugt. Hört ihr das? Jetzt hörst du nämlich richtig die Attacken und das Rumgebäsche. Und so muss das ungefähr sein. Eine Nitro-Ladung hat er vielleicht noch. Aber mein Machomai ist komplett voll. Mein Machomai würde ihn auf jeden Fall vernichten. Schlagbohrer. Da habe ich doch noch eine Drachenklaue für dich da. Und bis jetzt schlägt sich mein Team doch ganz gut im ersten Match. Was will man da erwarten? Okay, das hat funktioniert. Erstes Match in der Hyper-Liga und gewonnen. Yo, there it is. Jetzt habe ich das andere. Bei Super habe ich jetzt fast voll, dass ich fast die 1000 erreicht habe. Aber hier, ich glaube, wenn ich wieder Interaktionen mache mit Zuschauern, sollte ich vielleicht jetzt immer in der Hyper-Liga eine Anfrage schicken lassen, dass das auch ein bisschen gepusht wird. Ansonsten haben wir jetzt hier Gio will. Was will der Gio haben? Gio, Siberio. Hm, du Eis, ich Drache. Du mich machen kaputt. Jetzt würde ich ja gerne auf mein Machomai wechseln. Aber dann wechselst du bestimmt auch. Oder, 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 oder? Was hast du? Du hast einen. Was hast du? Skorgro? So, damit kann ich wieder gar nichts anfangen. Ist ja eigentlich auch egal. Wir machen jetzt einfach mal diesen. Wir überraschen ihn gleich. Der wehrt nämlich ab und werfen jetzt einfach einen Stein hinterher. Bis wir da voll sind. Das kann dauern. Flug? Kampf. Haut er drauf? Ich lasse es mal durch. Aeroass. Ich hätte es doch lieber schilden sollen. Kriege ich wenigstens einen Steinhagel durch. Der merkt bestimmt, dass ich jetzt länger gebraucht habe. Also am Anfang war es halt doof. Giratina drin. Nix. Hätte ich am Anfang jetzt Lucario gehabt. Das wäre richtig genial gewesen. Habe ich nicht gehabt. Ist egal. Der ist raus. Wir müssen eigentlich... Wir müssen Labras nehmen. Es geht nicht anders. Wir müssen Labras nehmen. Nicht schilden. Es ist wieder komplette Umstellung. Die ganze Zeit hast du jetzt in der Superliga da rumgemacht. Das hat sich sogar richtig gut angefühlt. Du hast ein gutes Gefühl entwickelt. Und jetzt stehst du hier. Und es ist wieder komplett alles anders. Und... Oh mein Gott. Mein Gott. Mein Gott. Dann ist es auch noch spät. Dann ist es auch noch mitten in der Nacht. Eigentlich bin ich total müde. Aber ich muss das jetzt hier aufnehmen. Ich muss den durchboxen. Ich muss jetzt auf alles gehen. Sibirio. Aber was? Nur Eis. Hat er noch was anderes? Er zeigt mir eine Pflanze. Und ich habe Eisstrahl. Wenn er den jetzt nicht komplett auseinander nimmt. Habe ich wahrscheinlich noch einen Eisstrahl. Den hebe ich. Ne. Habe ich gar nicht. Verdammt. Aber ich habe noch ein Schild. Und ich habe noch meinen Giratina. Und er ist da mit Sibirio. Ich muss jetzt mit Wasser kontern. Wasser gegen Eis. Wird ein Wasser Eis. Er ist jetzt natürlich auch Surfer. Will der mich denn verarschen? Was machst du Surfer, Mann? Du bist doch kein Waschbär. So. Ein Surfer zurück. Und das ist sein letztes Pokémon. Das heißt eigentlich ist gar nicht so schlimm, dass der am Anfang da rum gemacht hat. Oder ist es doch schlimm? Surfer. Labras ist sehr. Labras ist fett. Labras ist groß. Labras ist stark. Er hat aufgehört. Das zweite Match. Und der zweite Sieg. Es geht wunderbar weiter in der Hyperliga. Guckt euch das an. Das altbewährte Team. Es ist egal. Die Leute probieren sich immer aus. Sie nehmen alles mögliche durch. Der Ramses, der nimmt seit drei Jahren genau dieselben drei Pokémon in der Superliga, in der Hyperliga. Stark. Richtig stark. Obwohl ich es hasse, wenn ich am Anfang wechseln muss. Ich will am Anfang die Oberhand haben und er muss wechseln, dass ich ihn nachher wechseln kann. So. Stahl. Boden. Macho Mai. Wäre richtig krass. Und was macht er hier? Ich weiß es nicht. Was können wir machen? Wir könnten... Geist. Gegen. Stahl. Wir lassen es mal durch. Habe ich einen Denkfehler? Stimmt. Eisenschädel? Hm. Interessiert mich jetzt nicht. Schattenstoß? Musste? Oder musste nicht? Kannst du mir ja mal zeigen, was du da musst? Ansonsten müsste das doch jetzt... Ja, genau. Er wehrt nämlich ab. Er wehrt ab. Wenn ich jetzt aber... Ich verliere zu viel Energie. Ich muss auch abwehren. Ich muss auch abwehren. Ich muss wieder auf Geist. Und dann hat er wenigstens sein zweites Schild weg. Ich habe einen durchgelassen. Deswegen ist klar, dass ich jetzt weniger Energie habe. Denn wenn ich jetzt mit Drachenklaue ankomme, weiß der sicherlich, dass das kein Geist ist. Der zählt sicherlich mit. Der ist bestimmt Profi. Ich nicht. Ich habe mir das alles nicht gemerkt. Also knallen wir nochmal drauf. Ja. Und jetzt ist es im Prinzip... Lass ich mich... Lass ich mich gehen? Ne, lass ich nicht. Wir müssen es nochmal abwehren. Wir gehen nochmal ein Stück hin. Wir schauen mal. Wenn wir jetzt die Drachenklaue fertig haben. Der hat schon so viel gefressen. Eine Drachenklaue. Dann ist es vielleicht sogar fertig. Jetzt wechselt er auf Togekiss. Das heißt, wir haben auf jeden Fall unsere Lapras noch am Start. Und alles ist durchgegangen. Alles ist weg. Ja, Giratina, dann fall du um. Was eigentlich ziemlich doof ist. Weil der natürlich jetzt seine... Seine Moves schon ein bisschen aufladen konnte. Aber ich hoffe, wir... schaffen es. Wenigstens einen Move zu überleben. Der hat Antikkraft dabei. Ja. Antikkraft ist aber nicht schlimm. Wir machen Eisstrahl. Das dürfte auch reichen. Und dann hat er noch einen übrig. Den kennen wir noch nicht. Er kennt unseren auch noch nicht. Aber das Lapras ist noch am Start. Das sieht also gut aus. Und Surfer ist ja auch schnell voll. Und er hat schon wieder... Das Stalobor wieder da. Jetzt Wasser auf Boden. Würde das was bringen? Komm, Labras. Mewtwo. Mewtwo. Und ich habe nur noch Maromai. Oh mein Gott. Ich glaube, ich habe das Maul zu voll genommen. Ja, Labras, genau. Jetzt muss das Maromai reinkommen. Das Maromai wird sowas von umfallen, oder? Was hat der für Moves? Guck dir das an. Wie der mich einfach auseinander nimmt. Hätte ich jetzt meinen Kreuzhieb durchgebracht. Vielleicht wäre er sogar gestorben. Psychostoss und weg. Oh mein Gott. Dieses hässliche Mewtwo. Und dann ist es auch noch shiny. Und dann hat es einen hässlichen grünen Schwanz. Ich verstehe es nicht. Nee, das war nix. Das war nix. Das war nix. Aber egal. Wir sind ganz weit oben schon in den Liegen. Ist ja klar, ne? Da kommen die mit ihren mächtigen Pokémon. Die gar nicht so mächtig wirken. Und gar nicht so mächtig aussehen. Sondern ich halt einfach nur ein komisches Team habe. Aber das ist mir egal. Das ist mein Team bis zum Tod. Unlicht. Kampf. Ich glaube, ich hätte wirklich doch mit Lucario spielen sollen am Anfang. Dann hätte ich wahrscheinlich mehr davon gehabt. Aber wir machen gut Schaden. Sehe ich gerade. Ich habe nur keine Ahnung, was der für Moves drauf hat. Dann lass uns mal durch. Wenn wir so gut Schaden machen. Finster Aura. Fetzt uns wieder direkt weg. Bis ich dafür jetzt wieder ein Gefühl entwickelt habe. Wer was hat, wer was macht und wer wie wo ist. So, der lässt auch durch. Das ist sehr schön. Jetzt war die Drachenklaue war komplett voll. Der hätte ruhig die machen können. Statt den Gegner vorzulassen. Jetzt will ich sie gar nicht mehr machen. Aber sie ist ja schon eingeloggt. Also macht das ja jetzt natürlich trotzdem. Eigentlich hätte ich mich auch sterben lassen können. Und hätte mit Mach und meinen Rest gemacht. Das wäre vielleicht auch gegangen. Aber ich wollte da nicht, wenn ich sehe. Der Move ist voll. Du stirbst doch nicht einfach mit dem Move da weg. So, das war gut. Den habe ich nämlich gespart. Er kommt rein mit einem Melmetal. Und wir haben jetzt hier unseren Geist-Move. Und den muss er durchlassen. Okay, Melmetal ist so brutal und fett. Der frisst den einfach, als wäre es nichts. Wir lassen uns jetzt sterben. Wir wollen jetzt mit Machomai reinkommen. Dann wechselt er bestimmt aus, oder? Machomai, komm Machomai. Hau da drauf. Hau das Ding weg. Und wenn er wechselt, vielleicht wechseln wir direkt hinterher. Oder auch nicht. Wir haben einen Kreuzhieb voll. Er hat nicht gewechselt. Er ist tot. Und lässt sein letztes Pokémon noch rein. Ein X-Bud. Ich würde es ja gerne abwehren und würde einen Steinhagel draufwerfen. Aber wir schauen mal, was er macht. Steinhagel. Dann ist das Schild wenigstens weg. Wir haben noch ein Schild und wir haben noch unser Labras. Das dürfte also eigentlich passen. Das Labras ist ja gut im Nehmen. Er lässt es sogar durch. Was macht er? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, was er macht. Wir haben noch ein Schild. Er hat noch ein Schild, aber er ist gleich tot. Und er fliegt. Also eigentlich kann er gar nichts machen. Wir schilden. Zur Sicherheit. Nicht, dass der uns überrascht. Vielleicht hat er auch 10 Moves schon wieder voll. Giftzahn ist egal. Und jetzt 1, 2, 3 ist der weg, oder? 1, 2, 3. 4 Matches, 3 Siege. 1 Lose. Das sieht doch ganz gut aus. Das heißt, wir haben die Pokémon-Belohnung auch. Wir müssen noch einen Kampf machen. Obwohl es bis jetzt wirklich aufgefallen ist, dass Lucario am Anfang irgendwie immer eine gute Wahl gewesen wäre. Bei den Sachen, die sie da hinhauen. Aber komm. Giratina hat auch schnell seine Moves voll. Giratina. Gegen Wieser-Floor. Ja, er nimmt sie hier. Drachen. Moves. Es steht da und bewegt sich nicht. Das ist jetzt nur ein Anzeigefehler. Ich habe ja Schaden genommen. Also es kann eigentlich nicht sein, dass der die Verbindung verloren hat. Nein, er schildet auch. Er schildet auch. Er wechselt auch aus. Er ist jetzt hier wieder auf Pipi gegangen. Wir kommen wieder mit Labras rein. So, wunderbar. Innerher gewechselt. Einmal drauf. Noch einen. Dann ist er fort. Er hat auch schon ein Schild genutzt. Ich noch nicht. Jetzt hat es wieder überall Schaden abgezogen. Ohne, dass man überhaupt irgendwas gesehen hat. Der zweite Surfer. Und er hat noch nicht sein Moves voll. Jetzt übrigens hier das Samsung S9, was ich vom Toxic jetzt gekriegt hatte. Also über ihn bestellt habe. Kommt er mit seinem Wieser Floor zurück? Er kommt mit gar nichts. Er kommt mit Garados. Fliegend. Und Drache. Ich glaube, er hat wirklich, ich glaube, er hat die Verbindung mittlerweile verloren. Bei mir macht es ja gar nichts mehr. Kein Schaden mehr. Kein gar nichts. Dann schildet er es sicherlich jetzt auch nicht, oder? Dann müsste der Eisstrahl voll durchgehen. Ja, man sieht schon, es hängt wieder ewig, bevor es den Move macht. Das heißt, irgendwas muss mit der Verbindung gewesen sein, sodass er jetzt theoretisch weg ist. Und ich kann den Rest einfach gemütlich runterfarben, ohne mir Gedanken zu machen. Dann kommt sein Wieser Floor nochmal rein. Dem können wir noch einen Eisstrahl mitgeben. Dann haben wir vier von fünf gewonnen. Dafür, dass wir das allererste Mal seit zehn Jahren wieder die Hyperliga gespielt haben. mit unserem altbewährten Team, was wir immer nehmen. Scheint also zu funktionieren. Hört auf, immer zehn, wenn ich Highretin immer sehe, der im Fanshaar immer postet, soll ich das pushen, soll ich das pushen, soll ich das pushen, soll ich das pushen? Hyperliga-Rang irgendwas mit 1600 und einen Tag später kriegt er eins mit 1200 und will das aber auch pushen, obwohl es dasselbe ist. Ich würde mir gar nicht so eine Platte machen über die PvP-IV und alles. Such ein ausgewogenes Team oder ein Team, was dir gefällt, mit dem du Spaß haben kannst und dann läuft das doch theoretisch von alleine. Also wenn man bis Rang 24 machen will und richtig abgehen will, okay, dann sollte man sich Gedanken machen, aber er ist ja bis jetzt, glaube ich, noch nicht über Rang 20 überhaupt gekommen. Und wenn er sowieso nur bis dahin kommt und dann Feierabend ist für ihn, so wie bei mir, da komme ich auch hin, wenn ich mir keine Gedanken über das Team mache. So meine ich das. Wer das mitgekriegt hat, Grüße gehen raus, ein Highretin. Äh, das ist kein Diss, das ist einfach nur ein guter Rat. Du machst ja viel zu viel, die Platte dick. Hier, guck, Beste, soll ich den pushen? Nein. Also, wird nicht gepusht, geht hier aber weiter. Noch nicht Rang 17, da fehlt noch was. Jetzt ist es 0 Uhr übrigens, jetzt ist es 0 Uhr 1. Das heißt, ich habe wieder 5 Sets vom Vortag verpasst, habe jetzt 1 Set abgeschlossen, zählt das jetzt als das Set von vorhin und ich kann heute jetzt noch 5 machen oder zählt es, weil ich jetzt 0 Uhr 1 abgeholt habe? Das schon als Set für heute. Und ich kann nur noch 4 machen, ich weiß es nicht. Es passen ja wahrscheinlich eh nur 3 in dieses Video. Der Rest ist also wurscht. So, hier sieht es auch wieder gut aus. Wir machen gut Schaden. Wir liegen auf jeden Fall vorne. Wir schauen uns an, was der so macht. Ob der da schildet, ob er nicht schildet. Er lässt durch. Das heißt, ich würde auch durchlassen, wenn er mal was macht. Was macht er? Erdbeben. Er hat ziemlich lange gebraucht. Aqua Hubitze wäre auf jeden Fall schneller dran gewesen. Es war Erdbeben, ja. Schildet er jetzt? Ich denke mal sogar, er lässt es durch. Er sagt sich, er opfert das, das braucht er nicht. Nur, er schildet. Er schildet, okay. Dann hat er jetzt aber sicherlich hat er jetzt Aqua Hubitze. Und ich habe es sogar überlebt. Und er kommt jetzt mit seinem Giratina. Aber ist nicht schlimm. Ich habe meinen Lapras hier. Das ist sehr effektiv und macht gut Schaden bei ihm. Was er hat. Ja, vielleicht Drachenklaue. Oder hier Schatten, Dings. Wird mich nicht so fett treffen. Also ich kann den Spann erst mal da rangehen. Wieso hat er schon zwei Moves voll? Er ist jetzt eben erst frisch reingekommen. Und hat einfach zwei Moves voll. Was habe ich? Nix. So, beruhig dich jetzt. Du denkst eh, das ist Eis. Deswegen schildest du. Dabei mache ich Server. Oder er ist schlau. Ich sollte nur irgendwann... Nö, er schildet nicht. Er hat mich doch überlistet. Ich sollte jetzt vielleicht doch versuchen, mal meine Schilde einzusetzen. Vielleicht kann ich ihn mit den Quick Moves runterziehen. Aber dann hat er ein Schild beim letzten. Vielleicht sollte ich doch auf Eis. Vielleicht sollte ich auf gar nichts. Ich weiß es nicht. Ich nehme den mal noch mit. Der setzt mir viel zu schnell ein. Ich muss jetzt Eissplitter machen. Ja, Eisstrahl. Wenn der jetzt wirklich nochmal drankommt, dann bin ich tot. Und habe alles mit ins Grab genommen. Und alle Schilde umsonst verbraucht. Also Giratina, Giratina. Du wirst sicherlich... Naja, er schildet nicht. Und er hat jetzt hier Boden nochmal. Oh mein Gott. Wenn er jetzt Aquahubitze macht, das dürfte ich überleben. Ja. Und dann bitte... Oh nein, er hat es schon wieder eingeloggt. Ich hätte doch nie im Leben jetzt einen Surfer da drauf gemacht. Der hat so wenig Energie. Aber du drückst die ganze Zeit, weil du vor ihm drankommen willst. Und dann ist es schon drin. Und das ist kacke. Und das ist auch kacke. Weil er hat immer noch ein Schild. Und ich habe nur noch mein Maromai. Also wenn er jetzt hier mit Flug kommt, bin ich am Arsch. Und egal was ich mache, er kann eh einmal schilden. Bis ich auf Steinhagel gehe. Das dauert viel zu lange. Ich muss also einmal hier drücken. Und entweder schilde das jetzt, um sicher zu gehen. Aber beim nächsten Move von ihm bin ich eh tot. Ich komme also nicht nochmal hin. Ja, er schildet auch. Er geht auf Nummer sicher. Ihr seht, wie schnell die Energie bei mir abnimmt. Also das ist nichts. Ich habe noch nie mit X-Bud gekämpft. Wusste ich gar nicht, dass man das für irgendwas braucht. Aber wie man sieht, kann man da schöne grüne Maromais niedermachen. Aber ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Es geht ja weiter. Wir brauchen theoretisch vielleicht zwei Siege oder drei Siege. noch insgesamt. Dann wären wir eh Rang 17. Wenn ihr wüsstet, ihr seid schon so weit, dann könnt ihr absichtlich alle anderen verlieren. Aber so wollen wir das ja nicht. Prima Rehne. Prima Rehne. Na ja. Die treffe ich jetzt hier das erste Mal. Die ist stark. Die ist fett. Die ist brutal. Da können wir vielleicht höchstens ein bisschen mit Eis dagegen wirken hier. Habe ich immer so das Gefühl. Alles sagen, die ist gut in der Superliga. Alles sagen, die ist gut in der Hyperliga. Ich selbst habe meins noch gar nicht entwickelt. Und wenn, dann habe ich eh einen 100er da. Dann ist es eh wieder schlecht. Ich muss mit ihm jetzt hier klarkommen. Das heißt, ich muss auch schilden. Es geht nicht anders. Selbst wenn ich das Maromai reinhole, das Maromai, das fällt auch einfach um. Mondgewalt. Okay. Wir haben nochmal einen Surfer da. Sieht halt interessant aus. Dieses Prima Rehne, aber. Na ja. Luxtra. Ich kann nicht wechseln. Ich kann natürlich nicht wechseln, weil ich ja erst gewechselt habe. Und der hat wieder den Vorteil. Der bringt mich eh um. Da kann ich es auch durchgehen lassen. Und eigentlich habe ich jetzt schon verloren. Was soll ich jetzt machen? Maromai. Der kommt mit seinem Prima Rehne doch gut zurecht. Und haut mich einfach weg. Lass ich auch durch. Es geht ja jetzt eh um nichts mehr. Das ist eigentlich eh schon verloren. Psycho Beiser. Verteidigung sinkt auch noch zusätzlich. So, Prima Rehne macht wahrscheinlich jetzt einen Move und dann war es das. Nidoqueen ist auch noch da. Boah. Jo, guck mal. Noch ein Steinhagel. Das fühlt sich gerade alles einfach nur falsch an. Er hat noch ein Schild. Ich habe noch ein Schild. Ich habe noch meinen Giratina. Aber meinen Giratina. Mhm. Das müsste jetzt eigentlich seine ganzen Moves aufsparen. Und aufs Primarine draufhauen. Ich lasse mal einen durch. Aber da hat bestimmt eh wieder Erdbeben oder irgendwas. Er hat Kräfte. Ich muss ja eigentlich sein Schild rausloggen. Sonst nimm das ja bei Primarine. Machen wir mal hier. Machen wir mal Schild. Margarine. Schild, Schild, Schild. So, abgewehrt. Yeah. Bis ich noch was machen kann, bin ich tot. Seht mich an. Nö, ich kann sogar noch was machen. Aber was kann ich denn machen? Ich kann S machen und S. Also probiere ich S und... Hab... Nein! Da hat ihm doch die ganze Energie abgezogen. Wieso denn ich? Ich habe doch gewonnen und nicht er. Das verstehe ich nicht. Hätte ich jetzt Drachen gemacht, wäre das doch total sinnlos. Weil ja die Fee ist doch gut gegen mich als Drache. Also war doch Geist die bessere Lösung. Aber wahrscheinlich war dieses Fützelchen, was man gar nicht mehr gesehen hat, hat noch ausgereicht bei ihm. War noch am Start. Hast du nicht gesehen. Ist auch egal. Reicht aber. Und schon hat er den Sieg wieder in der Tasche. Macho Mai, der ist ja genauso wie ich drauf. Der nimmt Macho Mai in sein Hyperliga-Team. Habt ihr auch Macho Mai im Hyperliga-Team? Ja. Schreibt es mal in die Kommentare. Ansonsten gegnerische Attacke. Was kann der? Nix. Steinhagel. Das können wir auch ruhig durchgehen lassen. Dann können wir hier noch ein bisschen rumwuseln. Jetzt kommt er schon wieder durch. Ich wehre es einmal ab, dass ich nicht schon wieder so viel frässe und versuche dafür aber nicht meinen Move zu machen, sondern ihn weiter mit dem Quick Move runter zu ziehen. So, und jetzt hat er nämlich Geist und Drache, weil er auch ein Giratina hat. Jetzt können wir uns also gegenseitig verprügeln. Was ist jetzt die bessere? Drachenklaue? Oder doch lieber Schattenstoß? Ich weiß es nicht. Der Drachenklaue ist ja immer eher voll. Ich würde jetzt hier drauf bleiben. Ich habe aber auch noch mein Labras gegen das Giratina. Das würde ja auch noch funktionieren. Ich würde auch jetzt nochmal schilden. Weil ich sonst tot bin wahrscheinlich. In der Hoffnung, dass ich jetzt gleich auch meine Drachenklaue wieder vor ihm voll habe und draufhauen kann. Bitte! Ne, er ist natürlich dran. Hm. Ja, dann nimmst du halt dein Labras. Das darf doch wenigstens jetzt hier effektiv sein. Bitte nicht wechseln. Bleib einfach drin und zeig mir, dass du nichts hast, was gut gegen das Labras ist. Sodass ich mit dem Labras wenigstens dich verprügeln kann. Du kannst auch so viele Drachenklauen machen, wie du möchtest. Ich möchte meine Moves voll machen. Und sehen, was du als drittes Pokémon hast. Ja, komm, gelber Bereich. Ist okay, ist okay, ist okay. Er ist tot und er hat, er kommt mit. Oh, oh, Feuer. Feuer und Flug. Also mein Eis ist gut gegen Flug und mein Wasser ist gut gegen Feuer. Glaube ich. Ein Surfer ist sowieso am Start. Gleich zweimal hintereinander. Das heißt, er hat gerade geschildert. Das müsste ihn jetzt also übelst wegschießen. Guck dir das an. Und dann habe ich ja noch Quick Move am Start. Ich habe alles Mögliche. Ich kann den dritten Surfer machen. Also, ho, oh. Du hast zwar gedacht, du kannst was. Aber guck mich an. Ich bin Lila. Oh mein Gott. Ist das das Apex eigentlich? Das hat auch so... Ja, oder? Ja, das ist sogar ein Apex-Ho-Oh gewesen. Aber du siehst, bringt nichts. Wenn der Meister kämpft, da fallen alle nieder. Da freut sich einer wie ein Schnitzel. So, aber das waren noch nicht fünf. War das jetzt der dritte Kampf? Ich glaube, zwei muss ich noch machen in dem Set. 28 Minuten. Gefühlt sind die Hyperliga-Kämpfe schneller und brutaler als Superliga. Superliga zieht sich immer ewig. Hyperliga geht's bam, 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 alles vorbei. Also, da kommst du gefühlt schneller durch. Jetzt geht's um die Wurst. Seins hat einen Punkt mehr als meins. Ich habe aber auch ein richtig schlechtes. Guck dir das doch mal an. Meins ist so weit entfernt von der 25. Also, vielleicht hätte ich doch irgendwann mal Staub investieren sollen, mal eins zu nehmen, was mehr an die... Alter, der ist ja schon fast komplett weg. Aber solange ich zuerst darf, ist das okay. Dann lasse ich das jetzt auch durch. Und zeige ihm das. Dass ich da dabei bin, bei dem, was er macht. Und ich darf auch zuerst... Sehr schön. Meint ihr, der schildert? Der lässt es durch. Einer komplett weg. Jetzt hier Unlicht und was Behindertes. Wir haben es mal jetzt hier auf Geist getrimmt, um zu gucken. Und dann würde ich natürlich jetzt mit meinem Machomai wahrscheinlich reinkommen und auf den Unlicht-Faktor draufhauen. Gucken, was passiert. Wir haben ja beide unsere Sachen noch, oder? Gift. Gift Unlicht. Machomai. 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 Kreuzheb müsste eigentlich auch passen. Dass der schnell sich füllt. Wir schilden auch mal kurz, weil ich bei dem jetzt Schiss habe. Obwohl Finsteraura dürfte jetzt ja eigentlich gar nichts ausmachen. Ich meine, wenn Kampf gegen Unlicht, da kann nicht Unlicht gegen Kampf irgendwas. Hätte ja sein können, er hat noch was anderes Fettes am Start. Naja, aber er hat sein zweites Schild immer noch. Lassen Sie es jetzt auch mal durch. Er ist gleich weg. Er ist gleich weg. Er hat noch eins übrig. Na gut, das zieht doch mehr als ich dachte. Aber ich habe noch ein Schild. Er hat noch. Was ist jetzt? Wir haben Stahl. Stahl und Boden. Ich habe Kampf. Ich mache erst mal gut Schaden. Das ist super. Und er muss auch jetzt eigentlich schilden. Ich muss nur aufpassen, dass ich hier schön nochmal drauf boxen kann. Hier brauche ich unbedingt jetzt mein Schild. Das Lapras mit ein bisschen Wasser vielleicht. Aber bis das seinen Surfer einsetzt. Wir müssen schon mal gut vorarbeiten. Wir müssen so gut vorarbeiten wie kein anderer. Wir brauchen nur noch ein paar Schläge. Dann haben wir das Ding im Sack. Der wehrt ab. Okay. Und jetzt. Bam, bam, bam. Guck dir das an. Und er ist weg. Wir brauchen gar keinen Abras. Wir haben ihn so besiegt. 2-2. Und das fünfte Match steht glaube ich noch aus. Ich könnte wieder die Pokémon-Belohnung noch kriegen. Wenn ich den nächsten gewinne. Oh mein Gott. Ramses, Ramses. Adi, Schatz. Die Wurst ist am Schlafen. Seplan, man kann. So. Giratina und Granbull. Das ist scheiße. Da muss ich ja schon wieder wechseln aufs Lapras. Weil das... Ach du Scheiße. Der ist ja auch gegen das Lapras richtig brutal unterwegs. Gut. Das kann ich glaube ich jetzt mir in die Haare schmieren. Der müsste ja mit seinem Granbull mega effektiv gegen das Giratina sein. Mega effektiv gegen das Maromai sein. Und jetzt stehe ich hier gegen einen Valreiser. Mit einem Lapras. Wo wir beide Eis und Wasser haben. Und dann ist das Granbull gegen mich auch noch brutal unterwegs gewesen. Und hat mega viel Schaden gemacht. Vielleicht sollte ich mir einen Granbull zulegen für die Hyperliga. Eigentlich kann ich jetzt schon aufgeben. Oder nicht? Ich würde gerne jetzt das Maromai reinholen. Ich hätte Zeit schinden sollen. Ich hätte die ganze Zeit schilden müssen. Dann einmal wechseln. Hier Moves aufladen. Und dann bam. Das wäre vielleicht noch so eine Art Plan gewesen. Und ich hätte mir vor allem ein Move gegen das Granbull aufsparen sollen. Wenn ich jetzt wechsel. Da kommt er doch eh gleich hinterher mit dem anderen. Guck. Wir können jetzt zweimal hauen. Und wechselt er auch raus? Nee. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was ich gerade mache. Eisspeer. Bleib drin. Und er macht es nochmal. Und ich bin gleich tot. Mit seinem blöden Eisspeer. 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 Und jetzt wechselt er trotzdem noch raus. Und ich bin tot. Ich habe es gewusst. Wenn ich jetzt das nehme. Was habe ich dann davon? Nix. Noch meine zwei Schilde. Aber guck doch mal, wie viel der drückt. Und er darf auch noch vor mir angreifen. Und ich muss jetzt mein Schild nehmen. Ich glaube, ich kann einfach aufgeben. Es hat auch keinen Sinn. Jetzt hat er auch noch Knirscher am Start. So. Der muss ihn nur einmal abwehren. Und dann ist er safe. Granbull hat mich komplett zerstört. Jetzt guckt sich Skiratina an. Wie Skiratina hier rumhängt. Oh, du bist aber stark. Oh mein Gott. Ich habe mich so gefreut. Nach den ersten zwei Verlorenen. Zwei Gewonnene. Und dachte, okay, das passt. Wir kommen noch weiter. Und jetzt? Kann ich nix. Ach so, ich habe noch ein Schild. Ich habe noch ein Schild. Warum zieht man es so in die Länge? Man will ja üben. Man will ja lernen. Und man will ja verstehen. Und das Einzige, was ich sehe, ist, dass meine Verteidigung extrem mega stark sinkt. Dann ist es auch noch ein Kryptokranbull. Das ist das Problem. Deswegen hat er so viel Schaden gemacht. Und dann klatscht er auch noch. Das heißt, wir haben zwei. Vielleicht reichen die trotzdem für den Aufstieg. Ja, wenigstens etwas. Also es war nicht ganz umsonst. Wir machen direkt weiter. Siebzehn. Wir brauchen noch achtzehn, neunzehn und zwanzig. Das wird ja wohl zu schaffen sein, ja. Mit bisschen Geduld und Spucke. Kampfbeginn gegen Ever10XDO. Rang 16. Giratina, Melmetal. Ja, da gehe ich auf Schattenstoß. Er geht auf Steinhagel. Ich würde ja auf Machomai wechseln wollen. Aber da wechselt er wieder hinterher. Und dann... Wir halten ja ein bisschen was aus. Gucken wir mal an, was Schattenstoß so macht. Wir haben mehr Schaden gemacht als er. Aber er kann halt öfters und schneller angreifen als wir. Aber schauen wir es uns noch an. Wenn er immer einen durchboxt und ich dann einen durchboxt. Jetzt ist er mit Relaxo da. Will der mich eigentlich verarschen? Dann kann ich jetzt aber Machomai reinholen. Hätte ich lieber mal schneller geschalten. Hätte ich mir den Move auch aufsparen können. So, wo ist denn Machomai? Machomai ist hier oben. Bam, 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 bam. Ich habe keine Ahnung, mit was der gleich angreift. Egal. Wir machen einfach einen Kreuzhieb. Und er schildet. Er schildet, er schildet. Ich schilde jetzt auch. Ja klar schilde ich, weil ich den nämlich jetzt hier wegschlag. Und dann versuch auf... Ah, ich brauche den. Die brauche ich nämlich auch gegen Melmetal. Bei Melmetal einfach zwei, drei Kreuzhiebe drauf zu machen. Du mit deinem Drecksbody-Slam. Du bist jetzt hier weg. Und du holst jetzt dein Melmetal wieder rein. Will ja, du holst was anderes. Ja, er holt natürlich was anderes. Naja, egal, egal. Ich muss ja nur Zeit jetzt überbrücken, bis ich auswechseln kann. Oder auch nicht auswechseln kann. Das Giratina hat ja trotzdem gut gehalten. Oh Mann, jetzt hätte ich wechseln können. Ich weiß gar nicht, wieso ich jetzt auf Giratina gewechselt habe. Aber egal. Hä? Hä? Hätte eigentlich auf Labras gehen müssen und mit Wasser. Aber dann wäre er mit seinem Melmetal rein. Dann hätte er da wieder rum gemeert. Das wäre also auch irgendwie doof gewesen. Ja, aber das bringt mir nichts. Wenn ich jetzt mit dem Giratina dann gegen das Melmetal stehe. Und ich ja meinen Geist-Move nicht machen kann. Das hätte mir nur was gebracht, wenn ich jetzt mit dem Schattenstoß angekommen wäre. Aber kann ich ja gerade nicht. Und so lädt er sich an mir wieder auf. Komm, wir müssen es probieren. Wir müssen Schaden ziehen. Uns überleben. Aber ich glaube, egal was der macht, ich bin eh tot. Oder wäre es sinnvoller gewesen, erst das Labras reinzuholen. Kraftkoloss. Ach, guck, wir haben sogar noch ein Stück überlebt. Und jetzt hat er so viel Schaden genommen. Labras. Ich glaube, wenn er Kraftkoloss macht, bist du tot. Vielleicht schaffst du es aber vorher noch. Überlebe bitte diesen einen. Guck mal, der Kraftkoloss, der ist nicht so schlimm. Und der ist auch abgeschwächt. Nee, er macht Steinhagel. Er macht Steinhagel, okay. Der hat aber kein Schild mehr, oder? Nicht, dass er jetzt noch ein Schild hat. Nein, er ist. Er ist tot. Rang 17. Erster Sieg. Eins von fünf gemacht. Da habt ihr es auch. Gewinne 64 Trainerkämpfe. Ich glaube, das werde ich in diesem Leben nicht mehr erreichen. Ich denke mal, ich bin dann auf 20. Aber die 64 Kämpfe sind noch nicht voll. Und das alles für ein lumpiges Restler, Pikachu. Was nicht wahrscheinlich sein kann, diese Liga. Diese Saison. Robnistar. Robnistar. Scherox. Ist für mich jetzt wieder doof. Also holen wir den Kollegen rein. Wir wechseln jetzt einfach. Der wechselt bestimmt auch gleich. Nö, er wechselt gerade nicht. Egal. Dann können wir gleich ein Kreuzi wahrscheinlich hinterher machen. Ich hätte nie gewechselt in der Situation. Hätte so gesagt, ich gehe einfach auf Geist. Aber bis ich meinen Geist nur voll habe im Giratina. Der hat dann schon zehnmal sein Nachtschattengewächs gemacht. Und das ist halt auch immer blöd. Jetzt hat er nochmal. Er hat Darkrai drin, was auch Unlicht ist. Das heißt, ich habe ja sowieso gute Karten. Kann ich also nicht nachvollziehen, wieso er jetzt auf Darkrai gewechselt hat. Wo er doch vielleicht eigentlich weiß, dass ich so gut bin gegen Unlicht. Und jetzt auch noch Stahl dabei. Achso, das ist wieder das Scherox. Egal. Es ist wieder das Scherox. Ich würde also mal ein Schild nehmen. Damit wir weiter mit dem Machomai einfach draufhauen. Das sieht also gut aus. Nachttieb. Joa. Nicht so krass. Aber hier. Schild weg. Oder Fressedick. Die zwei Möglichkeiten hat er jetzt. Und ich bin tot. Aber. Ja komm, ich nehme mal hier Käfer. Eis. Quick Move auf den Käfer drauf. Und dann passiert nix. Guck, es passiert wirklich nix. Aber egal. Er hat kein Schild mehr. Wir haben ein Schild. Er ist Pflanze. Das ist ein Sichlor. Dann können wir ja in Ruhe jetzt den Eisstrahl voll machen. Schilden mal. Um auf Nummer sicher zu gehen. Um dann mit einem Eisstrahl bestimmt ihn einfach dann auseinander zu nehmen. So. Zweites. Zweiter Sieg. Zweites Match. Zwei von fünf. Drei noch ausstehen. Siebzehn. Das Team macht sich. Es liegt halt immer an den gegnerischen Pokémon. Wenn jetzt wieder einer reinkommt und hat wieder Grand Bull, dann bin ich wieder komplett am Arsch. Gefühlt. Wenn aber einer reinkommt und kommt hier mit Stahl, 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 Stahl. Dann denke ich mir, ist okay. Das können wir so machen. Zitux 8. Giratina. Togekiss. Oh mein Gott. Siehste, ich wechsel. Er hat einen Togekiss und einen Pixie drin. Sauma, Janre. Wie kommt man auf sowas? Gegen das Togekiss habe ich schon keine Chance. Und dann hat er auch noch einen Pixie drin. Ich glaube, das ist das schlimmste Team, was ich je als gegnerisches hatte. Das heißt, ich muss unbedingt das Lapras am Leben erhalten. Ich könnte einen Steinhagel auf das Togekiss machen, aber bis ich mit dem Machomai so weit hochkomme, ist das Machomai eh schon tot. Er schildet nicht, wenigstens etwas, was mir aber nicht viel bringt. Ich muss nämlich jetzt schilden. 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 Und dann gucken, ob er seinen Togekiss wieder reinholt und wir beim Togekiss weitermachen. Vor allem kann ich ja nicht wechseln. Ich kann gar nichts. Rihonior. Boden. Rihonior wäre jetzt nicht so schlimm als Gegner, aber alles andere ist gerade schlimm. Ich habe keine Ahnung, was ich gegen das... Ja, dann komm du halt rein. Und guck, was er macht. Ich muss den jetzt so niedermachen. Ich lasse mal einen durch. Ich habe meinen... Ich brauche zwei Charge-Moves. Damit ich, wenn das Togekiss kommt, einen aufs Togekiss mache und den zweiten... Nein, hängt doch nicht schon wieder. Hier, Steinhagel aufs Togekiss. Der muss durchgehen, aber der wird den wegschilden. Und dann werde ich es sicherlich nicht schaffen, noch einen Steinhagel zu machen, oder? Sieht schlecht aus. Aber ich hätte... Hätte ich es vielleicht andersrum gemacht. Vielleicht wäre das noch was geworden. Ja, jetzt sind wir wieder bei Drache, was wieder doof war. Ich hätte wieder Geist nehmen sollen, weil das Fee-Zeug da rumfliegt. Aber eigentlich ist es egal, was ich gemacht hätte. Bis ich da fertig bin mit dem anderen Move, bin ich eh tot. Oder bin ich tot? Noch nicht ganz. Ich lebe noch. Hätte ich jetzt wirklich zweimal geschafft, Geist zu machen? Vielleicht hätte ich es doch noch gewinnen können. Guck dir das an. Tot. Drittes Match. Keine Pokémon-Belohnung, denn es ist ein Lose. Aber wir haben noch zwei Versuche. Ich möchte immer nur die Pokémon-Belohnung haben. Da fühle ich mich irgendwie gut. Irgendwie besser. Da fühle ich mich so, als hätte ich nicht ganz komplett versagt. 45 Minutas. Ei, 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 ei. Fast Mix. 17. Wie weit wird man kommen, wenn man zwei Matches gewinnt? Shirachi. Shirachi. Psycho. Stahl. Wieso ist das Stahl? Du kannst ja wieder auf Schattenstoß gehen, ja. Probieren wir mal aus, was der macht. Nicht, dass das jetzt durch den Psycho-Anteil nichts bringt. Ja gut, sehe ich nicht. Das heißt, mit Maromai kann ich auch nichts machen. Aber er macht auch so gut wie gar keinen Schaden bei mir. Das ist sehr interessant. Wir lassen es auch mal durch und gucken mal, was er für schöne Attacken hat. Kismet-Wunsch. Okay. Jetzt hat er fast so viel abgenommen wie ich. Ah, Mann. Jetzt muss er halt noch mal da. Noch ein Kismet-Wunsch. Bitte schön. Das heißt, ab jetzt muss ich aber mal Schilde nutzen. Den nervt nämlich. Ich glaube, hat er gerade gewechselt. Hat doch gerade irgendwas geschrien, oder? Ja, jetzt ist er mit Giratina drin. Naja, dann machen wir es halt anders. Dann kommen wir jetzt hier halt mit dem Labras rein. Und arbeiten unseren Leben entlang. Deswegen schütteln wir jetzt doch nicht. Irgendwie hat er gerade Schiss gehabt. Er wusste, dass noch ein Geist-Move kommt. Und hat sich einfach verpisst. Einen nehmen wir mal. Obwohl ich wahrscheinlich noch einen brauche dann. Weil ich sonst tot bin. Ich muss mal einen Surfer nehmen. Der Surfer füllt sich so schnell auf. Ich kann ja nicht drei gleichzeitig speichern. Also, einen machen wir mal weg. Dann ist das Schild noch weg. Oder er stirbt halt. Er entscheidet sich für die Sterb-Version. Er kommt mit Rosarade. Wir haben noch Eisstrahl. Dann ist das Schild weg. Hoffe ich. Es hängt. Er schildet. Ah, ich muss... Ich muss einen Surfer machen. Ich schaff's nicht auf noch einen Eisstrahl. Aber das Schild ist wenigstens weg. Jetzt freut er sich. Da wird er ein bisschen gegossen. Nimmt er trotzdem Schaden. Wir kommen natürlich mit Machomai. Wir brauchen das Giratina noch. Vielleicht können wir ja hier ein bisschen was sammeln. Um es auf das andere drauf zu packen. Also, er hat keine Schilde mehr. Ich würde den Steinhagel wahrscheinlich nehmen. Oder auch nicht. Steinhagel dann. Schirachi? Weil Kampf kann ich ja nicht. Hat ja Psycho. Stein ist sinnlos wahrscheinlich. Komplett. Hier, guck dir das an. Wie dämlich das ist. Wir probieren jetzt trotzdem mal den Kreuzhieb aus. Zum Vergleich. Einfach nur, um ihn zu überraschen, dass wir schon wieder was voll haben. Hey, der ist ja doch besser als gedacht. Und jetzt ist der hier noch da. Der wird noch umgeboxt. Und das ist das dritte Match. Der dritte Sieg. Das heißt, wir haben die Pokémon-Belohnung freigeschalten. Können trotzdem noch ein Match machen. 461 von 1000. Das sind Zahlen. Da gehst du doch kaputt. Ja, kennt ihr ein gutes Superliga-Team? Ich nicht. Deswegen nehme ich immer nur das Gleiche. Aber irgendwie macht es mir trotzdem mit dem Team Spaß. Auch wenn ich manchmal sehe, oh, ich habe schon verloren. Wenn ich das erste sehe, dann denke ich mir dann, okay, passt. Das hat alles gar keinen Sinn ergeben gerade. Aber egal. So, was macht der für Moves? Wir wissen es nicht. Wir schauen uns mal an, wenn wir Schattenstoß machen. Ich meine, da hat der trotzdem hier so das ist ein Fee-Anteil-Dings. Ich würde jetzt wieder Labras am liebsten nehmen, aber wir schauen halt mal, was er macht. Solange er nichts Brutales macht, ist es ja egal. Er wechselt und er hat schon wieder einen Toggekiss drin. Das ist gut. Dann haben wir nämlich jetzt die Chance, mit unserem Labras dagegen zu wirken. Aber was für einen Sinn hatte der, dass er am Anfang da rumgewühlt hat. Er hat sich bestimmt jetzt zehn Moves voll gemacht und das war es. Und er hat keine Schilde mehr. Nichts. Das ist doch eine Finde. Antikkraft schon wieder. Ja, kommt der Surfer weg und dann müssen wir halt an dem nächsten wieder abarbeiten. Er holt, er holt, er holt. Ich habe noch eins, das muss ich aufheben. Das passt hoffentlich. Das passt genau. Und er holt sein drittes, sein zweites. Er holt. Sumpex. Gibt es halt Sumpex zum Nachtisch. So. Warten wir mal ab, was passiert. Schild würde ich nicht einsetzen. Machomai würde, glaube ich, auch gut funktionieren. Aber der hat halt bei seinem Gaddevar da halt hier 10.000 Dinge gemacht und voll gefüllt. Ich glaube, damit kann er mir noch ans Leder. Wie ihr seht, wie schnell der Surfer schon wieder voll ist. Und wie gechillt man einfach hier nochmal einen drauf setzt. Sodass der wirklich fast weg ist. Weil der kaum Schaden bei mir macht. Ja, das soll der halt. Egal. Wir gehen jetzt hier rein, dann soll er halt irgendwas machen. Und ich wollte das Schild gar nicht nehmen. Ich wollte sagen, dann hauen wir jetzt einmal drauf und selbst wenn er seine ganzen Moves an mir ablässt, die er sich gerade gespeichert hat, hat er dann keine mehr. Wenn ich mit meinem Giratina reinkomme, weil er alle Amaromai verbraucht hat. Einen Kreuzsieb zu machen, wäre jetzt wahrscheinlich doof gewesen. Also wollte ich auf Steinhagel. Oh, ich kann sogar einen machen. Hat er die ganze Zeit am Anfang rumgewühlt, um Spukwahl voll zu machen. Ich habe da jetzt mit mehr gerechnet. Ich dachte wirklich, der hat da gleich zwei in Petto und hau die jetzt kurz nacheinander raus. Aber so wie es aussieht, hat er irgendwie nichts in Petto. Und das ist jetzt aber, das ist jetzt eine Beleidigung. Nicht sehr effektiv und wird von einem Amaromai als Psycho-Pokebot einfach besiegt mit einer Kampfattacke. Der darf sich nicht mehr zu Hause sehen lassen, glaube ich. 52 Minutas. So, wir haben vier Kämpfe gewonnen jetzt hier. Vier von fünf. Wir kriegen Paragoni. Aber es war nicht Paragoni. Letztens Heiretin hat auch gefragt, wo man Tromborg, glaube ich. Achso, das ist ja die Weidentwicklung davon. Also Tromborg ist ja dann die Weidentwicklung von Paragoni. Also, einfach GBL zocken, Bruder. Dann kriegst du das und dann kannst du das dann entwickeln. Guck, weil du ja da gern eins gehabt hättest. Sieht gut aus. So, wie viel haben wir jetzt? Wir haben vier gewonnen. Das sind vier. Da musst du bestimmt mindestens noch elf Matches gewinnen, damit du auf die 18 bist, glaube ich. Ach, komm, wir sind bei 53 Minuten. Wir hauen einfach noch ein Fünfer seit ran. Egal. Die letzte Folge, die wir gemacht haben, wo ich für Pupsi gekämpft habe, ging auch eine Stunde zehn oder irgendwas. Wer also da einschaltet und 50 Minuten das wirklich guckt, der guckt auch eine Stunde. Der hängt auch noch zehn Minuten dran. Und wer bei 50 Minuten abgeschreckt ist, oh mein Gott, wer bei 50, wer bei 50 Minuten abgeschreckt ist, der ist auch bei einer Stunde abgeschreckt. Aber eigentlich meine ich es andersrum. Warum habe ich jetzt gewechselt? Ich habe gewechselt, weil ich aufs Maromei wollte. Und was mache ich? Ich drücke aufs Labras. Und jetzt stehen da wieder diese zwei Eisklumpen nebeneinander, was halt total sinnlos ist. Und jetzt weiß der schon, was ich habe und was danach kommt, obwohl ich das gar nicht machen wollte. Hätte ich lieber aufgehört. Gerade, wo es am schönsten war. Das ist jetzt mega peinlich. Und guck doch, wie doof es ist und wie es sich jetzt zieht. Ewig. Aber guck mal, wie gut ich schon hier vorgearbeitet habe. Oh, Eisspeer. Gut, den kannst du machen, der ist ja nicht so doll. Gengar ist am Start. Los, Gengar. Ja, Gengar, da kann ich wieder kein Maromai reinholen und ich kann aber auch kein Giratina reinholen. Das heißt, das Labras hat heute den ganzen Tag zu tun und muss im Prinzip alles machen. Obwohl, gegen das Wahlreise hätte ich natürlich gerne das Maromai gehabt. Gucken wir, was er noch so auffährt für Bogamons. Ich werde jetzt einmal abschilden, weil ich mit den zwei anderen nicht gegen Gengar kämpfen brauche. Vielleicht können die ja hier was... Na, der ist weg, okay. Zeigt er uns sein drittes, holt er Wahlreiser wieder rein, er holt Wahlreiser nochmal rein. Dann nehmen wir halt nochmal den Servern. Wenn wir tot sind, wissen wir genau, wir können auf Maromai. Wenn er dann wechselt, können wir ihn nachher wechseln, weil wir vorher nicht gewechselt daran denkt keiner mehr. Jetzt hat er so viel Schaden, dann müsste das Maromai doch jetzt einfach bam bam und dann war es das, oder? Wollen wir einen durchlassen? Wir sind mal mutig und denken, der macht einen Eisspeer und der bringt uns nicht um. Nee, er macht natürlich Erdbeben, aber der bringt uns trotzdem nicht um. Na gut, das war nichts, jetzt wollte ich auf den Stein hagel, der nicht funktioniert hat, aber wir haben ja noch unser Drache gegen Drache rennen, das sieht gut aus, weil ich nicht weiß, was er hat, müssen wir jetzt hier drauf, müssen alles geben, müssen den weghauen, dann den Rest, er hat immer noch Eis gegen unseren Drachen, Drachenpuls, ja, wir mussten den also abwehren, mit dem Maromai habe ich es trotzdem verkackt, hätte ich lieber da geschildert, jetzt hat er den immer noch am Start, jetzt hat er noch seinen Move, jetzt macht er bestimmt einen Eisspeer, obwohl die ziehen doch ziemlich viel ab, schaffe ich es vielleicht, ich habe es geschafft, ich habe es geschafft, oh mein Gott, so, ganz einfaches Ding, trotz des Wechselfehlers am Anfang, trotz ständig im Nachrücken, trotz Gengar und ich nur einen Pokémon haben nehmen können und nicht den Rest und alles trotzdem noch geschafft, trotzdem noch gerissen, also mehr Glück als Verstand, Ravarin Ravarin Hapuera und Giratina und Scherox da kann ich natürlich jetzt wieder hier auf Schattenstoß gehen, guck hin, der macht zwar gleich wieder seinen Nachthieb 50 Mal, aber wir lassen den jetzt erstmal durch, wir gucken uns das jetzt in Ruhe mal an, wie war denn vorhin die Taktik, vorhin bin ich gleich auf Maromai gewechselt, oder? Das war vorhin meine Taktik wahrscheinlich und jetzt habe ich keine. Aber vielleicht wäre es doch sinnvoller aufmach Maromai zu wechseln. Hier, der schildet eh, der Arsch. Na, dann okay, dann komme ich halt jetzt hier mit und jetzt kommt, ach, ohne Granbull. Hier habe ich jetzt wirklich das Nachsehen, nachdem ich es vorhin ja schon hatte. Hier kannst du auch nichts mehr retten. Zwei Schilde weg, super, jetzt kannst du hier das Labras mir dir mal angucken, was passiert. Guck mal, wie viel Schaden der trotzdem gegen das Labras macht. Das ist einfach viel zu brutal. Wenn wir den jetzt direkt mit einmal wegkriegen, okay, vielleicht, ich meine, hat er schließlich schon seine zwei Schilde weg und wir haben noch beide Schilde. Jetzt haben wir natürlich nicht einfach fabelhaft erwischt, weil das Handy zweimal rumgefrotzelt ist, was auch ziemlich bescheuert war. Es ist auch übelst heiß. So, nerv nicht. Und du kommst zurück mit deinem Scherox und kriegst von mir jetzt hier Eis drauf. Ach nee, der hat ja noch was anderes. Doch, doch Scherox. Wieso habe ich jetzt abgewehrt? Der kann mir doch gar nichts tun eigentlich. Sein Nachthieb, der macht doch nichts. Angriff steigt, alles steigt hin und her. Probieren wir es trotzdem mal aus, gegen den Käferanteil vielleicht. Ich weiß nicht, was das andere miteinander macht, ob das was macht oder nicht. So, nicht sehr effektiv. Leider, er wechselt noch mal, er ist auf Akani. Das heißt, wir müssen einmal den Surfer durchbringen vielleicht. Dann freut sich Akani auch noch. Komm, es ist ein brennender Hund. Schieß den jetzt weg. Sah schon fast gut aus. Aber der hat jetzt so viel aufgeladen, ich glaube, der haut uns jetzt weg. Kann der auch Spukball. Alles, was mir gegenüber steht, kein Spukball. Stromstoß. Stromstoß ist jetzt nicht so schlimm. Verteidigung sinkt. Den müssen wir jetzt mit den Quick Moves wegmachen. Und einmal Komm, mach Schattenstoß, einmal Schattenstoß drauf und dann müsste das doch gewesen sein. Und er ist weg. Zweites Match, zweiter Kampf, zweiter Sieg, also es wird doch Letzte Verbindung abgerissen. Moment. A Power Mirror. So, da ist es wieder. Schmeiß mal wieder hier an den Rand. Drei Kämpfe noch. Es vibriert und vibriert und vibriert. Rai-Log 1. Und alle haben sie ihre Ho-Oh-Flügel dran. Giratina und Grysilia. Da stehe ich meistens auf dem Schlauch. Wenn ich Grysilia sehe, da kann ich nicht mit Machomai ran. Da kann ich auch nicht mit Labras ran. Weil der mir dann immer wehtut. Also mache ich mal nix. Ich schilde aber mal, weil ich jetzt das Gefühl habe, dass ich das, äh, dass ich das Giratina irgendwie brauche. Gucken wir halt mal kurz nach Schattenstoß. Obwohl Psycho gegen Geist? Dann kann Geist gegen Psycho ja eigentlich nicht sein. Oh doch, wir sind sehr effektiv. Jetzt würde ich noch einmal einmal Drachenklaue machen und dann ist er weg. Ich muss mein nächstes Schild noch rauslocken. Ich habe viel zu viel Angst vor diesem komischen Grysilia. Das fehlt mir auch noch als Hunderter, falls das mal wiederkommt. Und jetzt, jetzt, fall um. Ich nehme meine Moves nämlich mit, meine zwei, und wir haben einmal Eis und Wasser. Warum habe ich jetzt nicht gewechselt? Soll ich wechseln? Wir zwingen ihn auch zum Wechseln, wenn wir nämlich aufs Macho mal gehen, dann geht er bestimmt gleich raus, oder? Dann ist es nicht schlimm, dass er noch zwei Schilde hat, wenn er gleich weggeboxt wird. Eisspeer ist okay und er wechselt, ja, aber er wechselt auf Sumpex. Ist auch nicht so schlimm, wir sind ja gegen Sumpex, kommen wir eigentlich gut klar. So, dann kann er jetzt nämlich beim Sumpex chillen. Jetzt hat er sicherlich eine Aquahubitze voll. Die haut bei uns natürlich immer rein. Nehmen wir nochmal hier unseren Kollegen und wir dürfen nicht das Valreiser gegen das Giratina antreten lassen. Aber im Endeffekt habe ich dann Labras übrig gegen Valreiser wieder. Wieder dieses große LKW Rennen. Guck mal, das sieht doch gut aus. Tod. Ey, Drachenklaue war voll, ich habe es genau gesehen. Muss ich mir jetzt die Moves aufheben? Muss ich den jetzt versuchen, wieder mit den Quick Moves runter zu ziehen? Der kann ja mit Aquahubitze jetzt nicht wirklich viel machen. Wenn ich jetzt die ganze Zeit hier rum mache und auflade, der macht sicherlich noch einen. Er hat auch noch sein Schild beim Valreiser. Da kann das Valreiser sich freuen, dass es so gut beschützt ist. Aber ich habe ja schon vorgearbeitet. Erdbeben. Los, Valreiser! Jetzt noch abwehren und dann hast du es doch. Mein Gott! Machst am besten Eissperre. Ich glaube, das Valreiser hat auch Erdbeben gehabt, oder? Irgendwie haben die alle Erdbeben. Jetzt habe ich... Jetzt hätte Marshmallows auf dem Kopf. Das andere nicht. Ich meine, das bringt mich jetzt auch nicht viel weiter, aber... Hier. Oh, Digga, mach jetzt hier keine Pokémon Go News, ja? Dazu habe ich vorhin schon ein Video aufgenommen und jetzt kommst du damit hier an. Ich glaube, ich muss das löschen. Ich muss Telegram von dem Handy runter löschen. Das geht ja mal gar nicht. Das ist eben und jetzt schmeißt mir das hier oben irgendwelche News rein. Zwei Matches noch? Zwei oder eins? Auf jeden Fall muss ich mindestens noch eins gewinnen um wieder an die Pokémon Belohnung zu kommen. Glaub ich. Kick Kikire 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 Schleimock Das wäre es doch jetzt wieder für Mach Mai Lassen es aber mal durch der hat zwar hier Unlicht Zeug Wumms aber bin jetzt demoniviert Ja Wechsel genau Ach nicht Wechsel ich meine Wehr ruhig ab Bau dein Schild auf Ein Kreuz Hieb Der lässt es einfach über sich er gehen Okay Er schildet sogar nochmal Er hat gar kein Schild mehr Dann lassen wir das auch jetzt mal kurz durch Finste Aura So das Kabel hängt hier überall rum Dann ist er jetzt tot weil er kann nicht nochmal abwehren er hat ja kein Schild mehr aber ich habe noch zwei Sieht doch gut aus Keine Schilde ich habe noch krasse Pokémon am Start je nachdem was er jetzt hat oder nimmt Stahl und Wasser kann ich ja wieder drin bleiben mit Mach Mai so da nochmal drauf sieht auch gut aus wechseln müssen man nicht und er hat die Beldra Boden und Rache Eis Wasser irgendwas in der Mitte davon ist auf jeden Fall sehr effektiv wir haben zwei Schilde wir können die zwei Schilde nutzen und wir würden den wahrscheinlich auch mit den Quick Moves einfach runter ziehen dürfte passen wir können trotzdem unseren Surfer ausprobieren so dann müsste das Ding gegessen sein er lebt noch aber nicht mehr lang jetzt ist er tot man kann sein dass noch ein Match aussteht aber wir trotzdem mindestens schon drei gewonnen haben oder habe ich schon zwei verloren und drei gewonnen jetzt wir haben ne eins noch genau vielleicht wird es sogar ein 4 zu 1 obwohl es immer schlecht anfängt 4 zu 1 wäre optimal damit kann ich gut schlafen man ich muss eigentlich ins Bett ich muss ja morgen auf und dann Arceus dann und Dings und was weiß ich hab Frühschicht was willst du von mir ich mach gleich Drachenklaue ich glaube er hat dieselbe Idee Drachenklaue und der Wert ab das heißt wenn er was macht wäre ich einfach auch ab dann bin ich genauso cool wie er guck jetzt macht er hier Sand Wurf Sandgrab das meine ich doch genau Verteidigung sinkt Granbull ist schon wieder da dieses blöde Granbull jetzt habe ich auch noch hier der hat einen anderen Move oder sein Move knallt nicht so rein der steppt ganz fleißig und behände behindert habe ich gesagt Junge hier frisst dich was kann der was mir gefährlich wird wir lassen es mal durch knirrscher Verteidigung sinkt toll oh bitte noch ein Surfer drauf bitte 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 lass den bitte durch denk an dein Knackrack das muss beschützt werden nimm das schild lieber für das nein er wird natürlich ab und jetzt ich bin auf Machomai gekommen Machomai schlag ihn zu Brei genau Machomai so ist er jetzt wieder mit seinem Knackrack da nein er hat noch Gift ein Slime ein ganz normales Slime mit Gift ich kann ja eh nicht wechseln ich bin aufs Machomai angewiesen das heißt wir müssen einfach hauen und gucken was passiert nicht sehr effektiv dann probieren wir es halt mal in letzter Instanz und werfen Steine aufs Gift ich mir vor da ist ein Käfer der ist giftig und du wirfst einen Stein drauf dann ist er bestimmt tot das ist die Logik dahinter das muss ich jetzt so umsetzen in der Hoffnung dass das so passt Klatsch das sieht schon mal gut aus vielleicht schaffe ich sogar noch ein Kreuzi ne und hier schaffe ich auch nichts mehr und die Drachenklaue hätte ich gebraucht dann fürs Knackrack wenn das wiederkommt das muss auch noch bedient werden und jetzt nein und jetzt hat er die natürlich schon eingelockt den Rest hätte ich doch jetzt so geschafft und die Drachenklaue hätte ich bestimmt sich ein paar Moves abgespeichert wirft wieder mit Sand oder so ja muss er gar nicht bin so schon tot kein Problem das ist ja trotzdem die Pokémon Belohnung gewesen das heißt heißt wir können es hier wieder abholen ein Robball aus der GWL ist es nicht süß so einmal drauf Robball Robball wurde gefangen Ja ist bestimmt schlecht und jetzt müssten wir sechs Siege haben sieht fast aus wie die Hälfte können wir noch kämpfen ja wir können noch kämpfen aber wir kämpfen nicht mehr ich erlöse euch jetzt Trainer Kampf verlassen den Rest mache ich wahrscheinlich jetzt Offscreen und guck wie lange ich noch brauche eine Stunde zwölf Minuten Ramses Minus wir sind also jetzt hier im Rang 17 gerade angekommen mal gucken ob es noch eine zweite Folge von der Hyperliga gibt oder die nächste dann in der Meisterliga ist je nachdem wie schnell das jetzt immer wechselt das war es von meiner Seite aus wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Peace out Vorhaut euer Ramses und ich habe noch keine Ahnung wie die Folge heißen soll das müssen wir noch raus kriegen ciao no